Moin, herzlich willkommen und heutiges Thema, wie das Pareto-Prinzip dein Marketing verändert. Lasst uns starten. Hast du schon einmal etwas vom Pareto-Prinzip gehört? Wenn nicht, wird es höchste Zeit, denn dieses Prinzip kann dein Marketing oder sogar dein gesamtes Unternehmen revolutionieren. Lasst uns das Pareto-Prinzip einmal genauer anschauen. Woher kommt das Pareto-Prinzip? Also, wer ist der Entdecker? Das Pareto-Prinzip, auch 80-20-Regel genannt, ist nach dem italienischen Wirtschaftswissenschaftler Wilfredo Pareto benannt. Pareto entdeckte 1896, dass rund 80% des italienischen Grundbesitzes in den Händen von nur 20% der Bevölkerung lag. Daraus entwickelte er eine mathematische Formel, die auf viele Lebens- und Wirtschaftsbereiche anwendbar ist. Was aber genau ist das Pareto-Prinzip? Lasst uns noch einmal anschauen. Also, das Pareto-Prinzip besagt, dass in vielen Fällen etwa 80% der Ergebnisse mit nur 20% des Aufwands erreicht werden. Im Marketing bedeutet dies zum Beispiel, dass 80% der Verkäufe von nur 20% deiner Kunden kommen. Natürlich sind die Zahlen nicht immer genau 80-20, aber die Idee ist, dass ein großer Teil der Ergebnisse aus einem relativ geringen Aufwand resultiert. Lass uns das einmal anschauen. Hier siehst du einmal 20% deines Zeiteinsatzes führen zu 80% des Ergebnisses. 80% Zeiteinsatz führen zu 20% deines Ergebnisses. Das bedeutet, dass du dir um diese 20% Zeiteinsatz oder um 20% der Kunden oder um 20% aus einem anderen Bereich Gedanken machen solltest, weil sie zu 80% zu deinem Ergebnis führen, während 80% deines Zeiteinsatzes relativ, sag ich mal, ertragslos sind und nur für 20% Ergebnis sorgen. Lass uns das noch einmal genauer anschauen. Also, wir haben 80% der aufgewendeten Zeit und diese führen zu 20% der Ergebnissen, aber wir haben 20% der Zeit, die 80% der Ergebnisse ausmachen. Diese 80% der aufgewandeten Zeit sind nebensächlich viele Situationen oder Probleme, aber die 20% sind lebenswichtig wenig Situationen oder Probleme. Auch hier noch einmal. Lass uns schauen. Aufwand 80%, Ergebnis nur 20%. Maximaler Aufwand ergibt ein minimales Ergebnis. Das ist Ineffizienz. Effizienz bedeutet, ein minimaler Aufwand ergibt ein maximales Ergebnis, also 20% und daraus erhältst du ein 80%iges Ergebnis. Was benötigt das Ganze? Also, es benötigt eine Struktur, ein Tagesplan beispielsweise mit To-Do-Liste, Fokus auf die wichtigsten Aufgaben und die Zeit im Blick. Was du vermeiden solltest, sind keine Unterbrechungen durch Mails, Telefonate oder Gespräche, sich nicht in Details verlieren. Vorteile, man kann bereits am Morgen, also mit relativ wenig Zeitansatz, schon 80% der Ergebnisse erreichen. Zeitfresser und unnötige Aufgaben werden gestrichen. Mehr Ergebnis, mehr verfügbare Zeit, mehr Pausen. Hier nochmal Beispiele. Es könnten zum Beispiel sein, 20% deiner Kunden oder Waren bringt 80% des Umsatzes. Schau es dir einfach mal an von den Verkäufen. 20% der Produktionsfelder verursachen 80% des Ausschusses. 20% der Zeitungen erhalten 80% der Nachrichten. 20% der Besprechungshelbe wirkt 80% der Beschlüsse. 20% der Schreibtischarbeit ermöglicht 80% des Arbeitserfolges. Oder 20% der Beziehungen bescheren 80% des persönlichen Lücks. Was das Ganze bedeutet, dass zum Beispiel jetzt nur mal auf die Kunden oben bezogen ist, solltest du einmal auswerten und sogenannte ABC-Kunden, wirst du relativ schnell feststellen, dass du einen großen Anteil von Kunden hast, die aber einen relativ geringen Umsatz machen und gegebenenfalls noch relativ viel Zeitaufwand erfordern, weil sie zum Beispiel immer reklamieren, weil sie viele Fragen an den Kundenservice stellen, weil sie lange benötigen, bevor sie eine Entscheidung treffen, beispielsweise mehrere Termine. Wiederum herrschst du aber 20% der Kunden, also der kleinste Teil, die sogenannten A-Kunden, die einen hohen Umsatz mitbringen, regelmäßig bestellen, gegebenenfalls auch relativ problemlos sind, also nicht häufig oder gar nicht reklamieren und all diese Sachen. Und das solltest du einfach nur einmal im Hinterkopf behalten. Falls du beispielsweise versuchst, Kunden zu halten oder neue Kunden zu generieren, dann solltest du dich natürlich auf die 20% der Kunden fokussieren und nicht auf die der 80%. Das hieße, hättest du ja zwei Kunden, die kurz vor der Abwanderung stehen, könntest du den, sag ich mal, den C-Kunden dort immer relativ einfach wieder abwandern lassen oder auch ersetzen, letztendlich, weil er dir nicht allzu viel bringt. Der A-Kunde allerdings könnte schon, wenn du mehrere A-Kunden hättest, die einen relativ hohen Umsatz machen, würde sich hier ein Wegbruch eines A-Kunden schon relativ bemerkbar machen in Form deiner Umsetzung und der Rentabilität. Lass uns hier noch einmal zur Wiederholung das Ganze anschauen. Also, du hast einen Aufwand von 20%, der zu 80% Ergebnis führt. Dann hast du noch einen Restaufwand von 80%, der aber nur zu 20% deiner Ergebnisse führt. Allerdings wollen wir auch nicht vergessen, also es gibt einige Vorteile, aber auch Nachteile. Du hast eine Effizienzsteigerung, mithilfe des Pareto-Prinzips kannst du heute herausfinden, welche Aktivitäten in deinem Marketing oder auch in deinem Unternehmen die größte Wirkung haben. Zeitersparnis. Indem du dich halt auf die wichtigsten 20% konzentrierst, sparst du Zeit, die du für andere Aufgaben oder Projekte nutzen kannst. Es erfolgt auch eine Priorisierung, weil das Pareto-Prinzip dir hilft, Prioritäten zu setzen und dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dich nicht in unwichtigen Details zu verlieren. Kundenbindung auch, wenn du erkennst, welche Kunden die höchsten Umsätze generieren, kannst du gezieltere Marketingstrategien entwickeln, um diese Kunden zu binden und ihre Loyalität zu fördern. Allerdings, wie gesagt, die Nachteile wollen wir auch nicht verschweigen, bedeutet das, dass die 80-20-Regel halt nicht immer genau ist, also du hast eine gewisse Ungenauigkeit. In einigen Fällen kann das Verhältnis auch anders sein und die Zahlen können irreführend sein. Vernachlässigung. Wenn man sich nur auf die 20% konzentriert, besteht die Gefahr, andere wichtige Bereiche oder Kunden zu vernachlässigen. Stagnation. Eine zu starke Fokussierung, würde ich sagen, auf das Pareto-Prinzip, kann auch dazu führen, dass neue Ideen oder Strategien nicht ausprobiert werden. In meinem Sinne ist aber die 80-20-Regel sehr gut, gerade wenn es darum geht, zu fokussieren und einmal wirklich den Kundenstamm beispielsweise oder die Waren zu analysieren. Also wenn es vielleicht auch darum geht, welche deiner Waren oder Produkte rückst du stärker in den Fokus, dann kann diese 80-20-Regel dir relativ gut und schnell dazu helfen, dort Entscheidungen zu treffen. Aber, wie gesagt, man sollte natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass nur eine komplette Fokussierung auch zu gegenteiligen, sag ich mal, Ergebnissen führen könnte. Das war es von mir. Viel Spaß beim Ausprobieren des Pareto-Prinzips und wir hören uns beim nächsten Mal.